Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Survive. Wir sind ja wieder einmal bei Rush. Wer weiß, der liebe Christel Kreuz, der einen Abgang nach unten gemacht hat. Und... Nein! Ah! Nein, ich will zu den zweiten Sprung. Ich hab den noch einmal durchge... Och. Okay. Was ist hier alleine? Ja. Gegen drei. Oh. Gib mir mal eisen einfach. Ja. Ja, das ist... Ich könnte irgendwann vielleicht mitten drin, ich weiß nicht, irgendwas ist dann, weil Rush dauert ja immer ziemlich lange, ob das dann noch drin mit dritten geschnitten ist oder nicht. Ich hab mich grad so ein kleines technisches schönes dürfes Problem, ne? Mhm. Mhm. Das Problem ist... Naja... Was soll ich sagen? Ja, ganz... Okay, das Problem ist, dass ich anscheinend... Er hat nen Kabelbruch. Anscheinend eine Art Kabelbruch habe, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob's das ist, deswegen sag ich jetzt mal so ne Art. Und deswegen... Machen wir's schon... Alles auf der linken Seite bloß, auf meinem linken Ohr. Ich dachte rechte Seite. Linke Seite. Das... Und deswegen könnte ich irgendwann genervt sein, dass ich die ganze Zeit die Playlist und alles andere auf dem... Ja... Linken Ohr höre. Ha, ha, voll schaden. Ha, ha, boah, wie mich die NPC aufregen, immer mit ihrem... Ha, ha, ha. Ah, zum Glück hab ich das ausgescheuert, ja, das wird mich... Das wird mich final töten, ja. Äh, Musik und Geräusche, was sind denn das? Feind? Freundlich, oder? Hä? Oh, ja, das ist ein freundlicher Kretion. Das ist schon ruhig. Oh, ja, ja, ja. Äh, der ist gerade... Was? Äh, äh, es ist ein paar mehr Rohstoff-artig angekommen. Möchtest du mir was sagen, Chris? Wassen! die runde verlieren ach gar nicht da werden ich hätte die grund dafür sagen aber zu 15 haaa haaa weil wir einer weniger sind ja ein track stock ausgerechnet ich mache uns mal noch eine kiste und da drinnen werden rüstung sein ich brauche blöcke ich kann ablösung ich muss bei sich wieder vorstellen ist ganz schlecht da kommt eine mit rüstung an gesagt ist gerade schlecht ja dann kommt doch hinter was weiß ich am besten der besten das steht sag ich am besten ich gebe mich für die rüstung hast du jetzt feinen bogen junge ja achten 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 ok der wollte springen so ein idiot was sind die dämlich alle scheiße warum hast du eigentlich bisher zu wenig gebaut Hendrik äh so das kam wieder die kommen junge was soll ich denn da machen ja mir helfen irgendwie scheiße was der respawn was hat der für ein ping alter ja mich verarschen wo hat der respawn block abgebaut ich weiß es nicht meiner ist so gering da passiert gar nix hä müssen wir so spielen oder haben die jetzt was gemacht äh die haben unseren respawn block getötet also müssen wir jetzt überlegen also viel spaß ja äh ja ich bin gestorben ja die kürzeste rutsch die wir hier gespielt haben geil na super nur noch eine Wälder gegen ein 3er Team der mit einem mega Pingach ist mir auch erledigt wofür ist mann wofür Prozent trotzdem eine Runde oder lassen wir das spiel mal was anderes ne kurze andere Runde und was spielen wir da Prozent Probe ich komme ich bin auf der Probe schässige Hälfte oder ob es legt ist Prozent 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 nachher aber ist das Coole aber du mit nachher wo gehen wir hin Prozent 13 39 sie machen auch nicht nur ein bisschen hat Mensch oder ja auch für Da war ich doch nicht drinnen. Da war ich doch nicht drinnen. Hä? Ne, da war ich doch nicht drinnen. Da hab ich doch schon gesehen, dass du drin bist, dachte ich. Ne, da hab ich 100%ig doch gezählt. Hab's doch gut gewusst. Ja, 39? Ah, hier fliegen Glasblecke. Ja, komm mit. Hier gehen alle Bete in den Tipp rot. Ne. Gut, du bin gegen mich kämpfen willst. Nein, oh mein Gott. Ich bin eh stärker als Tugmuck. Sicher? Ja, ja. Oh, Glasblöcke. Hä? Boah. Hä, wo ist nicht der Eingang? Ach da. Ah, knapp. Was ist eigentlich da oben? Ich hab noch Jump'n'Run, Alter. Ja, was ist denn da oben, wenn man oben angekommen ist? Steht herzlichen Glückwunsch, so als ich weiß. Wow. So, äh. Das ist schön. Kann man die Glasbegie nicht irgendwie abbauen? Ja, ich empfehle mit Bogen das zu machen. Warum? Ja, weil Bogen besser dafür ist. Und Grace Bedeutende. Und Grace Bedeutende. Oh, das ist nur ein bisschen Glassocht. Ich mag die Messe. Ach, die, aha. Wo bist du denn überhaupt? Ich bin ja auch gerade dabei, so, den... Was ist das da? Ich folge dir einfach mal so ein bisschen. Ich hab hier... Was ist das? Color Bomb? Ach so, das ist das, okay. Oh, 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 oh. Ich hab jetzt rückwärts runtergesprungen, einfach mal so. Ja, war klar. Nein. Nein. Bringt das was, so eine Art Schutzwald zu bauen? Ja. Dann baue ich hier ein. Bist du redet durch mich durchgesprungen? Ja. Gut, nein! Boah, nein! Ah, fall ich hier runter, ey. So. Giraffe 13 07. Ich hab keine Ahnung, wie weit ich noch schießen muss, oder ob ich viel zu weit schieße. Ja, getroffen. Ich bin gestorben, schon wieder. Ha! 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 Ha, her ist runtergefallen! Ja! It's so! Ha, 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 ha. Jetzt fühle ich mich gut. Oh, es ist ein Feind. Zack! ich habe versucht hier zu helfen ja einmal getroffen doch aber dann bin ich gestorben ja ich weiß ja kommen wieder hoch ich glaube noch ein bisschen klar ob das was hat ja ist so eine sache also der mich verarschen der liegt immer wieder hoch also der kerl da will mich verarschen oder der der kommt immer wieder nach oben und leise wieder oben und 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 um wo ist mein wo ist dein Bogen hin ach so komm doch ihr Loser ja ja du Hacker Junge du Hacker ich spiel mir doch irgendwas ja komm ich spiel noch mal bürger ok hier die 7 jetzt könntest du mich wirklich anders technische Probleme dann zu Hacker ach so äh welches Team rot rot ah man ach ja 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 ne eine sehr ruhige Runde ja weil ich schon damit klar werden muss dass ich schon gerade so aufs übelste gefoltert bin ok ich hab keine Ahnung damit ich brauche mich mal einfach irgendwo hin ach das ist die ja die haben aber auch schon mal gespielt nein was ein Arsch was ein Arsch ich hab ja auch schon mal gespielt ich hab das Gefühl wir verlieren da schon wieder ich hab das Gefühl wir verlieren da schon wieder nein 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 ich bin ja auch da er braucht dann so einen scheiß ja mann mein gott alter was mache ich denn hier bloß ja da trage ich mich auch schon die ganze Zeit aber du weißt dass so eine Runde auch ganz so lange dauern kann alter die die sind überall hier die schießen überall auf dich überall ja alter ich könnte kotzen ich bin kurz nein so eine scheiß Bombe oder so boah alter mann mann und und m 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 hat dann gar nicht gefallen hat wie wir gefällt haben also er muss müssen sich immer positiv ziehen wir müssen sich das bewertet sich nicht mehr vor wann jetzt so schlecht ist man das das man das gut bewertet kann oder kann man gar nicht bewertet ja genau weil wir zu gut und schlecht war er erstellt für die ganze Zeit sie ist